In einer Woche wird das Disneyland Paris 31 Jahre alt. Was vor Ort alles passieren wird, das erzähle ich euch in diesem Video. Hallo meine Lieben, wenn ich mich wieder eingeschaltet habe zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In einer Woche wird das Disneyland Paris 31 Jahre alt und ich bin ja auch vor Ort. In diesem Video werde ich euch ein bisschen was über das D23-Event erzählen, bei dem ich teilnehmen werde. Was am 12. April passiert, was am 13. April so passiert. Ich bin ja schon ab 11. April vor Ort, also vom 11. bis zum 15. April, also von Dienstag bis Samstag, bin ich vor Ort. Ab Mittwoch, dann ab 12. kommt dann Brina noch dazu, die bis Samstag mit mir dann vor Ort bleibt. Ja, was ist los am 12.? Was passiert? Erstmal, wie gesagt, hat das Disneyland Paris seinen 31. Geburtstag und ich habe ja das Ticket für das D23-Event bekommen. Man muss dazu sagen, das habe ich nicht bekommen. Da muss ich jetzt mal einen Dank an Kevin rausschicken, denn Kevin, ein Follower von mir, hatte mir vorher geschrieben und meinte, möchtest du das Event besuchen? Ich glaube, ich möchte mir Tickets kaufen und so und dann könnten wir das zusammen machen. Dann haben wir uns kurz geschlossen und haben gesagt, ja, lass uns, wenn wir beide Tickets bekommen, die Veranstaltung zusammen, also zusammen verbringen die Zeit und genau. Und dann an dem Tag, wo es dann die Tickets gab, haben wir telefoniert und bei mir hat es nicht geklappt. Bei mir hat es sofort aus Verkauf gezeigt. Er hat das Glück gehabt, aber er hat in dem Moment nur ein Ticket bekommen, weil er dachte, also wir haben zwar telefoniert, ich habe gesagt, ja, ich aber bei mir und er war dann schon im Bezahlvorgang und dann hatte er ein Ticket und ich keins. Und ich so, okay, dann ist es halt so, dann hat er das Schicksal entschieden. Aber kurze Zeit später, ich glaube, fünf Minuten später, wir hatten dann schon aufgelegt, haben gesagt, ja, es ist halt so, wie es ist. Hat er dann nochmal ein Ticket bekommen für mich und ja, da gehe ich jetzt hin zum D23 Event. Es hat ein bisschen mehr als 500 Euro gekostet, das Ticket, was echt sich viel anhört. Aber wenn man jetzt zum Beispiel kein Jahreskarteninhaber wäre, wie ich jetzt, also ich bin ja Jahreskarteninhaber, aber wenn man keiner wäre, wie zum Beispiel jetzt Kevin, da lohnt es sich tatsächlich. Weil was ist eigentlich inklusive in den zwei Tagen? Also ich erzähle euch jetzt, was alles in diesen zwei Tagen passiert und erzähle euch, was alles inklusive ist. Also erstmal sind zwei Tage Eintritt inklusive in die beiden Disney Parks. Zusätzlich kommt, dass wir Premier Access Pässe bekommen für beide Tage. Das heißt, das ist dieser Ultimate, also dass man halt zu den Attraktionen gehen kann mit Premier Access und nicht anstehen muss. Im Prinzip der bezahlte Fastpass für die Attraktionen für zwei Tage. Und der kostet meines Wissens auch 150, 160 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, oder keine Ahnung, müsste ich online gucken, was es kosten würde. Ich mache aber tatsächlich dann auch, wenn ich jetzt da bin und die Möglichkeit habe, diesen Pass zu nutzen, auch ein Video dazu. Also es wird nächste Woche ein Premier Access Video dazu geben. Das ist einmal dann im Preis inklusive. Und dann am ersten Tag geht es los. Und wir werden unsere Tickets abholen. Ich meine um neun Uhr morgens im Disney Hotel New York. Und da gibt es auch ein Souvenirgift. Was? Das weiß ich nicht. Das werdet ihr dann in dem Video sehen, denn natürlich werde ich jeden Tag vloggen und euch natürlich zu den ganzen Sachen mitnehmen. Genau, dann haben wir Zeit, erstmal den Park zu erkunden am 12. und am 13. April. Wie gesagt, dann ist dann auch Brina da. Werden wir dann zusammen den Tag verbringen. Und dann gibt es ein Lunch in einem Disney Paris Restaurant. Es ist noch nicht gesagt, welches. Ich vermute, es ist das Waltz. Es ist aber meine Vermutung. Es gibt noch keine näheren Informationen dazu. Wie gesagt, meine Vermutung ist das Waltz. Es bietet sich halt an. Genau, da gibt es dann halt ein Mittagessen, was im Preis inklusive ist. Und dann gibt es abends das Gala-Dinner im Convention Center im Descent Hotel New York. Die Art of Marvel. Und da wird es halt, wie gesagt, ein Dinner geben mit Surprises. Soweit wir gehört haben, wird es auch Neuigkeiten geben. Vielleicht bekommen wir ja gesagt, wann Small World endlich aufmacht. Das sind jetzt aber alles meine Mutmaßungen. Vielleicht bekommen wir auch gesagt, was mit Star Wars Land passiert in den Walt Disney Studios. Vielleicht bekommen wir auch gesagt, was mit den Jahreskarten jetzt passieren wird. Fragen über Fragen. Was wird passieren? Das wissen wir nicht. Aber das werdet ihr dann direkt auf Instagram erfahren. Also ich werde so einen Live-Ticker dann machen. Wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich die dann sofort in meiner Story posten. Also folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram. Ich poste es da oder da in irgendeine Ecke, poste ich es rein. Und dann bekommt ihr die Neuigkeiten sofort an dem Abend. Und danach geht es zu Disney Dreams für reservierte Plätze. Wow. Das ist wirklich aufregend. Also das könnt ihr natürlich auch dann sehen, wenn ihr am 12. April da seid. Disney Dreams, die Premiere. Das erste Mal nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, Disney Dreams aufgeführt wird. Natürlich in verbesserter Version mit neuen glitzernden Türmchen und besseren LED-Projektionen. Also ich bin sehr gespannt. Und plane auch eine Art Vergleichsvideo dann auch zu Disney Delight. Äh, Quatsch. Disney Delight. Zu Disney Dreams, wie es vorher mal war. Da habe ich auch schon noch eine Aufnahme von damals. Und wie es jetzt ist. Und ihr habt euch auch gewünscht, dass ich ein Vergleichsvideo mache zu Illuminations. Also steht das auch auf meiner Liste. Es wird ein Vergleichsvideo geben, Disney Dreams Alt und Neu und Disney Dreams und Illuminations. Da werdet ihr dann Videos auf meinem Kanal finden. Und wenn ihr noch mehr Video-Wünsche habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, die ich für nächste Woche noch mitnehme. Denn wie gesagt, ich habe fünf Tage Zeit, Videos zu produzieren für euch. Und ich bin offen für noch mehr Wünsche. Ja, und das, und warum ist eigentlich Brina dabei? Brina ist ja auch Inside Ears, so wie ich. Und wir haben eine Einladung bekommen für alle Inside Ears. Also es werden nicht nur Brina und ich da sein. Es werden noch ganz viele andere da sein, die bei Inside Ears drin sind. Und die werden auch am 12. da sein. Die haben auch reservierte Plätze für Disney Dreams. Und die sind auch bei dem Gala-Dinner dabei. Deswegen, ja, freue ich mich sehr, dass so viele Menschen dabei sein werden und wir den Tag dann zusammen verbringen können. Wie geht es weiter mit dem Event? Am 13. also nach Disney Dreams, jetzt geht es dann erstmal nach Hause. Wird eine kurze Nacht. Am nächsten Tag können wir dann wieder die Parks erkunden. Und es gibt wieder Mittagessen in einem Walt Disney Studios Restaurant. Walt Disney Studios Restaurant. Ich vermute, es ist das Plus des Cherimi Restaurant. Aber könnte auch die Pim Kitchen sein. Also, keine Ahnung. So viele Möglichkeiten haben wir aber jetzt in den Walt Disney Studios auch nicht. Dann gibt es einmal Mittagessen. Dann gibt es eine geführte Tour durch den Avengers Campus mit einem Walt Disney Imagineer. Da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt, was wir für Neuigkeiten erfahren. Nicht Neuigkeiten, sondern für Insights erfahren werden. Was man vielleicht so noch nicht weiß. Und dann gibt es abends einmal einen reservierten Platz für Avengers Power of the Night. Für die Marvel-Drohnen-Show. Da haben wir dann auch nochmal reservierte Plätze. Und danach, wenn der Park schließt, werden wir die einzigen im Park sein. Und dürfen dann noch durch die Attraktion Ratatouille laufen. Also, mit einem Imagineer. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also, erstmal alleine in den Walt Disney Studios zu sein. Nach Parkschluss. Und dann durch die Attraktion laufen zu dürfen. Das wird bestimmt schon sehr spektakulär. Und da freue ich mich sehr drauf. Genau. Also, das ist einmal so der Plan. Ich gucke nochmal. Wie gesagt, es gibt ein Souvenirgift. Und es wird ein Enchanting Surprises geben. Also, mal gucken. Vielleicht der ein oder andere Charakter bei dem Gala-Dinner. Wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, ich nehme euch natürlich mit der Kamera mit. An beiden Tagen. Die Vlogs werden dann immer am nächsten Tag hochgeladen. Für 12 Uhr. Also, schreibt euch dran schon mal rein. Die Vlogs kommen nächste Woche ab Mittwoch immer um 12 Uhr. Und da könnt ihr die Vlogs dann direkt euch reinziehen und anschauen. Und das wird dann durchgezogen bis Sonntag. Das heißt, ja, von Mittwoch bis Sonntag gibt es jeden Tag Disneyland Paris Content. Und es ist ja nicht nur die Vlogs, die ich dann filmen werde. Es wird noch andere Videos geben, wie ich gerade gesagt habe, zum Premier Access Pass. Ich werde ein neues Hotel testen. Außerhalb. Das werde ich euch dann auch noch zeigen und abfilmen. Und das ist so der Plan für nächste Woche. Also, richtig vollgepackte Woche. Ich freue mich sehr drauf. Und was ist denn sonst noch geplant in diesem Monat? Also, diesen Monat ist ja noch München. Und zwar zur Disney Expo. Da sind wir ja mit Brina und Nina am 22. und 23. April. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber vorher, bevor wir zur Expo fahren, bin ich noch bei Disney in Concert in Zürich am 18. April. Vielleicht seid ihr ja auch da. Wenn ihr da seid, sagt Hallo, winkt mal. Oder vielleicht seid ihr auch in München dabei. Wir sind am 22. bei der Ausstellung. Wir haben VIP-Tickets. Das heißt, wir können uns die Uhrzeit frei auswählen. Aber ich denke, wir machen das direkt morgens. Dann haben wir nämlich noch die restliche Zeit des Tages noch Zeit, was anderes zu unternehmen. Ja, das ist so geplant im April. Das letzte April-Wochenende habe ich mir mal freigehalten, um was mit meinem Freund zu unternehmen. Und das war's. Das wollte ich euch nur so berichten, was jetzt nächste Woche so ansteht während des Events und sonst wo die Woche. Und ich freue mich darauf, wenn ihr mich da begleitet auf Instagram in den Storys, aber auch hier auf YouTube, wenn ich die Videos dazu hochlade. Und ich hoffe, dieses kurze Update-Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. 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 Ciao.